Die, ähm, Essensmacht-Crops kann man aber auch irgendwie nicht, ähm, kleinigen, ne? Ich glaub nicht. Vielleicht gut nur Gießkannen? Hast du eine da? Simon, hast du mal einen? Werkzeugkasten. Werkzeugkasten, wo? Die Kisten mit den ganzen Werkzeugen. Ach, das meintest du, okay. Puh. Ach ja, richtig. Die mussten erstmal mit Glowstone übergossen werden. Das ist ja von extra Utilities, das ist ja nicht mal ansatzweise von... Ja, und? Ja, das hat ja gar nichts damit zu tun. Das ist doch egal. Das beschleunigt die Random Ticks. Ist das so? Ja. Ja. Stimmt. Oh ne. Man kann die großen Herzen nicht mehr craften anscheinend. Wie große Herzen? Ja, die gelben und so weiter. Die haben kein Crafting-Rezept mehr. Wie? Nee. Man muss die Herzen jetzt upgraden. Oh ne. Ist ja fies. Was? Was brauchen wir denn? Necotic Bones und Geralt Kram. Und wie upgradet man die? Ähm. Siehst du ja. Den Kanister da. Ach, die Kanister? Och. Ja. Nervig. Nicht wahr? Ähm. Necotic Bones und Geralt Apples. Necotic Bones müssen wir durch die Farm kommen. Hm. Haben wir genügend? Haben wir genügend, haben wir nicht genügend, oder? Ach, da sind die. Boah, passt. Gut, und... Juweliers-Äpfel. Die sind teuer. Ein Apfel, vier Diamanten, meine ich, ne? Mhm. Die sind auch nicht so teuer. Geht. Diamanten haben wir genug, ne? Die Äpfel fehlen. Ja, aber auch. Hier in der... Hier in der Barrel. Okay. Sind halt nur zwölf, wir bräuchten 13. Egal. Dann kriegst du jetzt auch noch einer irgendwo. Ja. Ich hab mich irgendwas grad entschieden, dass ich hier die Farm um einiges vergrößer. Haben wir eigentlich nicht viele, dass Frank momentan nicht da ist? Was? Achso. Ne. Ja, cool, ne? Aber aufgefallen. Ah. Stimmt. Der hat man nicht mit dem Ohr gebaut. Ja. Vor allem ist die Monorail nicht weitergebaut worden. Ah. Monorail? Naja. Der ist es ja gar nicht. Das du nennen willst ja eben. Duorail. Naja. Wie heißt das Ding? Metro? Ja, Metro. Ein Stack Leather. Hm. Dürft reichen. Nein, wir haben keinen Äpfel mehr. Okay, dann sind es halt nur zwölf Upgrades. Das heißt, der kriegt vier. Ja. Yay. Und Frank? Kriegt keins. Kriegt keins. Der war nicht da. Der hat nicht mitgeholfen. Wenn ich daraus acht mache, sind das neun? Hinter der? Neun, achtzehn. Ich könnte ein 19x19 Feld bauen. Aus? Erde. Wo steckst du? Bei meiner Farm. Bei meiner automatischen. Ach so. Du kriegst die ganze Erde her? Aus der Kiste. Okay. Jeder kriegt nen Knapsack. Wer will einen? Hier kriegst du ein Herzentierstück. Oh, nice. Wenn die dann mal registriert werden würden. Knapsack für alle. Bei mir werden sie registriert. Okay, ja dann esse ich wahrscheinlich noch nicht genug. Hier. Und du kriegst auch einen. Ja. Und den total. Dass du jetzt noch mehr Inventarplatz hast. Hm, noch mal. Eine ganz kleine Kiste voll. Ja. Wow. Kann man jetzt lauter Müll rein tun. Oder... Ja, Müll halt, ne? Dann geh die Sojabohne rein. Punkt. Ich find das schon praktisch. Kann man immer so zwei Stacks Holz mitnehmen. Soroholt. Bisschen Welszorgung. Ja klar. Essen. Alles mögliche. Worüber seh ich den Kram ständig? Ich hab doch noch Kartoffeln. Naja. Ja, mein Inventarplatz kann eigentlich nicht schaden. So, heilig. Gefälligst. So. Hatten wir nicht ein letzter Neuer ohne Quest komplettiert? Ja. Glaub schon. Scheinbar nicht. Naja gut. Äh genau. Die Eier für die Squids. Hühner, habt ihr schon was getan? Haben sie. Wir sind produktiver als die letzten. Um einiges. Die letzten Mal war doch nur ein einziges Huhn. Zwei. Holy cow. Nein, das war ein Huhn. Holy chick. Und das wird sich irgendwie komisch an. Ach was? Ich brauche meinen Inventarplatz. Knapsack to the rescue. Fuhf. Bin ich der Einsteiger, der den einfach nur zur Deko an hat? Nö. Um da ganze zwei Sojabohnen drin zu lagern? Ho. Ne, ich finde den sau praktisch. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Praktisch ist er irgendwie, sag ich gar nicht. Ich brauche ihn am Montag nicht. Aber er nimmt da keinen Platz weg. Er gibt ja Platz dazu. And stuff. And stuff. Mhm. Ach komm, du bist doch blöd, Enderman. Oh nein. Teleportiert sich vor mich hin, dass er wütend wird. Tja. Komm her jetzt. Was kriegst du aufs Maul? Du musst halt wegsehen. Wäre genug. Boah. Alter, der hat mich fast runtergeworfen. So, eins gewidt haben wir und zwei zusätzlicher Angeln. Mistviecher. Ich hasse sie. Warum steht da eigentlich ein Charting-Table mit Redstone außenrum bei den Viechern? Für Sittil. Mhm. Okay. Das darf ich bloß nicht vergessen, dass ich da noch was opfern muss. Opfere dich selbst. Ja, das geht leider nicht. Leider. Mhm. So schönes Opfer abgegeben. Ich würde dir empfehlen, das nicht hier zu machen. Das hat nämlich Nebeneffekte. Okay. Hör auf mich angeln zu wollen. Das geht nicht. Er angelt sichtig. Ja. Woah, Alter. Das passiert eigentlich, wenn ich die angel, ist nichts werfe. Dann ist die weg. Nein, der Faden ist einfach nur nicht lang genug. Der Faden kommt irgendwann wieder. Also irgendwie ist es ja schon komisch mit dem Step-Up-Ding da. Ja. So einfach über zwei hohe Dinge rüber zu latschen. Abgesehen davon haben wir tatsächlich zu wenig Lava. Hi. Hi. Ähm. Frage, wie weit weg soll ich dieses Ding da bauen? Aktivierungsrital. Ähm. Rein theoretisch kannst du es auch hier bauen. Es sollst du nicht auf Dreck stehen. Achso. Weißbummer. Äh. Nicht ganz. Aber vergleichbar. Ja. Und es muss immer Zeit bei Meternacht geschehen. Ich weiß gar nicht, ob es Vollmond sein muss, aber ich glaub nicht. Aber ich muss ja hier auch irgendwie ein Tier anlocken. Naja. Nenn dir ja doch, äh, ein Lasse. Ja, ich baue hier mal runter. Na, obwohl. Hm. Ja. 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 Was? Tu du mal. So, ich maße die Innerz da mit Pump. Oder wo ist die hier? Ja, wir hatten alle eine. Ja. Okay. Dann brauche ich einen Tether-Ax. Nein, sogar zwei. Hm. Es wird bald Zeit. Für? Das Ritual. Achso. Da gucke ich immer noch zu. Na, ist noch nicht ganz Mitternacht. Mindestens acht in dir. Wir müssen auch noch haben. Also der Maximum Mitternacht ist, wenn das, äh, Segel anfängt zu leuchten. Okay, ähm. Ne, hier ist noch zu nah am Dreck dran. Immer noch. Immer noch, ja. Hier ist noch zu nah am Dreck dran. Ja, wie weit muss ich weg? Sag mir das halt. Äh, wapp. Mach's hier so. Hier? Hier so vor den Barrels, ja. Okay. Muss ich aber alles dunkel machen. Ach stimmt, das musst du auch machen. Ja, dann mach's da unten bei den Monstern. Da sind Monster. Ja, die kannst du aber weg machen. Und dann den ganzen Kram aufstellen. Ich kann dir helfen dabei. Ja, dann schaffen wir mal ein Tier runter am besten. Ach, gut. Also eine, eine jungfröhliche Opfergabe. Aber du gehst ja leider nicht, ne? Ha, ha. Tot und Verderben. Mal schauen, wir haben zu viele Schafe. Das lag grad leicht. Ja, warum wohl? Ich geh hier unten grad voll ab. Ach so. Ich hör's. Ja, das ist geil. Ich mein, ich sterb nicht. Super. So. Okay. Ähm. Ich glaub die Brücke sollten wir mal weg machen, weil die leuchtet noch. Ne, ne, ich mach's hier ganz hinten in der Ecke. Da hinten, okay. So. So. So, sag Bescheid, wenn das Siegel leuchtet. Äh. Hier muss aber Erde in der Nähe sein. Muss da Erde in der Nähe sein, ja? Ja. Not placed on dirt. Hm. Okay, dann hol ich mir was Dreck. Okay, mach das mal. Äh, haben wir irgendwo Dreck direkt zugänglich, oder? Bei Frank da irgendwo. Ja, das ist glaub ich was leergeräumt inzwischen, oder? Ich hab noch 19 Stück. Äh, reicht. Wir brauchen neun, glaub ich. Komm mal hier runter zu der Mini-Plattform, die ich hier grad baue. Äh. Komm mal hier runter. Ja. Wo runter? Also, es dauert nicht mehr lang, dann ist Mitternacht. Ja, ja. Und wir brauchen immer noch nen Mob. Ich bin immer noch bei Franks Plattform hier. Bin ich dabei. Franks. Okay. Okay. So, wo bitte wer seid ihr jetzt? Ja, hinter dir. Wie brauchst du? Neun reichen. Es leuchtet. Ja. Moment. Er braucht noch was. Er hätte es noch nicht abzählen müssen, weißt du? Mehr schalt nie. Ich weiß nicht, ich hab das halbiert. Es waren 19 Stück, da kam ein Automatneun raus. Okay. Lalalala. Passt das jetzt? Äh. Not placed. Ach so, Alter, ein Circle. Hm. Ja gut. Warte. Dann wohl nächstes Mitternacht. Ja. Das hält einen Moment, oder? Oder ist das schon wieder raus? Nee, ist schon vorbei. Okay. Aber wir können es ja trotzdem hier stehen lassen. Okay, jo. Den Mob vielleicht noch selbst behalten, oder? Naja. So, ist alles in Ordnung? Leg sufficient natural earth. Wir brauchen immer noch Erde. Immer noch. Gibt es auch unnatürliche Erde? Vielleicht meinen die Gras. Zweifle ich irgendwie. Aber vielleicht, ja. Hm. Haben wir noch Grassamen? Wir hatten da doch mal so viele. Weiß ich nicht, wo die Samen sind. Nö. Ich muss die Leute fragen, die sich damit sowas auseinandersetzen. Setzissen. Setz-setzen. Ja, ich schau schon mal zu Frank ein. Okay. So. Das Hardengläs, das brauche ich. Joi. Äh, hast du das ganze Enderium noch? Nee. Okay. Ja, ich hab's gefunden. Ist alles in Ordnung. Keine Panik. Schon schön, wie es hier ne Bacon Soup gibt, die man machen kann. Und anstatt Bacon kann man einfach Tofu nehmen. Und dir auch trotzdem Bacon Soup. Ah, da fällt mir grad ein Genau-Squid. Ich hab immer noch keinen mit Looting aufm Schwert, oder? Nicht wirklich. Mhm. Dann mach ich's mit meinem. Vielleicht kriegen wir einen Squid-Kopf raus. Bezwerf ich's irgendwie, aber... Einer. Minizombie? Ich hab jetzt einen rausbekommen. Was macht der Minizombie hier oben, ha? Minizombie sein. Was mach ich überhaupt zum Zombies oben? Hat Markus die Brücke eingefahren? Ich hab nicht. Natürlich nicht, warum sollte er auch? Ja, warum sollte man ne Brücke einfahren? Ist doch blöd. Weil die Brückensicherheitsfeature ist, vielleicht? Nee. Nee. Das glaub ich dir jetzt nicht. Komm ruhig, du hast wieder alles versaut. Also ruhig. Schmeiß dir gleich nen Tintwisch ins Gesicht. Wir haben keine Grass Seeds mehr. Ja, friss. Hm. Mh. Kalamari. Geil. Nimm mal ohne Witz. Wo kriegen wir jetzt Gras her? Holland. Nicht das Gras. Ja, woher ziehst du denn Gras? Hm? Ich ausm Garten. Ja, eigentlich schon. Guckst du im Garten raus und da ist Gras. Ne? Du kannst es ganz einfach machen. Du nimmst ein bisschen Bonemeal, rennst hinten zu unserer großen Wiese und dann gehst du damit ein bisschen mit der Sickle drüber und da kriegst du so viele verschiedene Samen raus, da wird Gras dabei sein. Hast du da Gras rausgekriegt? Nein, aber ich hab auch nicht alles aufgesammelt, weil mein Inventar sofort voll war. Kann gut sein, dass ich da Gras liegen hatte. Mann, der hatte Gras und hat es nicht aufgehoben. Ja, ja. Das erste, was man aufheben muss. Immer Gras aufheben. Natürlich. Musst du aber Sojabohnen aufheben. Ich mein, schon vergessen? Immerhin bin ich ja... Veganer, wie es scheint. Ja. Ich esse ja auch Tofu-Shit, also... Jetzt hat's genügende Erde. Man brauchte nur ein bisschen mehr Erde. Es muss gar kein Gras sein. Okay. Jetzt muss es nur noch Nacht sein. Gut. Hi Squid. Hi Squid. Kann man wieder nur eins raus? Naja, was solls. Ähm... Wo haben wir die ganzen Ten-Sickets hin? Die zwei Händen geworfen, die ich hatte. Hast du? Ja. Ich brauch ein Upgrade 6. Ich hab hier nämlich nur einen. Jetzt tut es mir unglaublich leid, aber ich hab keinen mehr. Das ist ein Upgrade 6. Für... Ja, so ein Radius-Upgrade eben. Also ein Silver-Upgrade wäre das okay. Recipe. Ich brauch also... 6 Rohes Plastik und 6 Silber. Haben wir Rohes Plastik da? Äh, ich hab ein Rohes Plastik hier rumliegen. Das ist fast schon ein bisschen zu wenig. Tja... Hatten wir... Hatten wir nicht mal ein Pferd? Ja... Ist tot wahrscheinlich. Ja, Frank hat auch Hunger. Droppt ja nicht mal Fleisch, oder? Nee. Es droppt gar nichts. Doch, Leder. Echt? Ja. Diese... Unglaublich. Tja... Ich brauch noch einen Squid bauen. Anscheinend. Beziehungsweise... Brauchen wir wirklich 4? Ja... Ja... Brauchen sie ja. Ne? 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 Ne?